Friede sei euch, liebe Gäste, Freunde und Brüder und Schwestern. Wir haben heute schon sehr viel Nützliches gehört und das, was erbaut. Und das, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat, weil die Zeit uns nicht ausreicht, versuche ich das in einer kompakten Form zum Schluss zu bringen, alles, was zu uns gesprochen wurde, ist zu erbauen. Ihr habt gesehen, wie die Brüder und Schwestern einen Dienst tragen, die Dienste bilden, durch die Menschen errettet werden. Und in dieser angenehmen Zeit nach der Barmherzigkeit Gottes oder Gnade versuchen wir auch nicht zu schlafen. Wir befinden uns jetzt auch in so einer angenehmen Zeit. Unsere Gemeinde, sie plant eine große Evangelisation jetzt. Das ist in der Tat so eine angenehme Zeit. Und wir kommunizieren jetzt mit den Brüdern und verteilen Aufgaben, wer was tun wird. Und wisst ihr, gestern Abend, sitz ich da mit meinen Verwandten aus Brümerhafen, und dann habe ich unsere Gemeinde gelobt. Und ich habe ihnen erzählt, wie Gott unseren Pastor hierher sandte. Und wie hier dieser Dienst angefangen hat. Und ich habe erzählt, dass zu damaliger Zeit diese Stadt sehr unruhig war. Und es gab eine Zeit, wo sogar die Menschen Angst hatten, abends durch die Straßen zu gehen. Aber jetzt sind 20 Jahre vergangen. Und abends spazieren wir ruhig durch die Straßen. Weil einige von denjenigen, die früher das Volk erschraken, nach der Gnade Gottes sitzen sie heute bei uns in der Versammlung. Halleluja, Господу! Halleluja, dem Herrn! Und wir wissen und glauben, dass es nicht das Letzte. Deshalb werfen wir wieder die Netze aus. Und deshalb wollen wir wieder, dass der Herr noch viele errettet. Und wisst ihr, ich sage den Brüdern heute, sogar heute Nacht im Traum habe ich mit euch evangelisiert. Und wenn das Herz überfließt, davon redet der Mond. Und sogar die Träume werden davon getroffen. Liebe Brüder, meine Schwestern, ich möchte die Aufmerksamkeit auf eine Person richten. Das wird sein Apostel Petrus. Ich werde lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und wisst ihr, meine Lieben, da er diesen Menschen erwählte, wie als das Fundament der Gemeinde, Gott nicht den Mutigsten erwähnt, der am Fähigsten war, ein Supermann. Und wer die Bibel liest, erkennt die Person des Petrus, dass er nicht der Mutigsten war. Und am Schluss dieser Geschichte des Evangeliums hat er sogar den Herrn verleugnet, für was er sehr tief Buße getan hat. Und, meine Lieben, ich würde heute gerne reden über die Bedeutung der Gemeinde hier auf Erden. Und Apostel Paulus sagt, seht mal euch an, wer ihr seid. Nicht viele von euch sind weise oder klug, aber nicht das Weise dieser Welt hat Gott auserwählt. Ich möchte mit eigenen Worten sagen, um zu erretten. Meine Lieben, wir wohnen in einer angenehmen Zeit. In unserem Land und in Amerika haben wir jetzt gehört, sind die Türen für das Evangelium oder für das Evangelisieren sehr weit offen. Gestern hatten wir hier eine Hochzeit gehabt. Ein Bruder aus dem Reha-Zentrum hat gestern geheiratet. Und wir hörten die Stimme des Bräutigams und der Braut. Und die Schrift sagt uns, dass diese Zeit, sie ist angenehm. Aber wisst ihr, meine Lieben, unser Herr hat einst mal solche Worte gesprochen, dass, wenn man sagen wird, es ist Friede und Sicherheit, dann wird auf einmal das Verderben kommen. Und der Herr erwart die Gemeinde und sagt solche Worte, damit wir wachen sollen, weil wir weder die Stunde noch den Tag kennen, wenn die Ereignisse kommen, wo die Umstände kommen, die uns in Bedrängnis führen. Es gibt eine Geschichte in dem Buch Esther, wo das Volk Israel gefangen genommen worden ist, viele Jahre. Und dann ist die Zeit vergangen. Und in diesem Medo-Persischen Reich hat Israel angefangen, Israel gut zu leben. Sie hatten keine Probleme mehr. Sie haben sich integriert oder assimiliert in diese Mitte hinein. Und wir wissen sogar aus der Geschichte, dass einige aus der Politik Juden waren. Und es ist die Zeit gekommen, wo sogar eine Judin Königin wurde. Und es scheint so, Volk freue dich. So sehe die Zeiten des Wohlstandes. Aber auf einmal geschieht etwas, die Zustände oder Umstände, sie werden enger. Alles, worauf sie gebaut hatten, ist ins Wanken gekommen. Und so mit dem Siegelring des Königs steht das Siegel. Und zu damaliger Zeit konnte nicht mal der König dieses Dekret ändern, dass das Volk des Israel oder die Juden sollten vernichtet werden. Und was soll man tun? Und das Wort Gottes sagt, ich lese, hier sagt uns die Geschichte, dass Mardochäi, als er von diesem Gebot hörte, dann hat er seine Kleider zerrissen. und hat auf seine Hauptasche gestreut. Und hat angefangen zu beten und zu fasten. Und das Wort Gottes sagt uns im Kapitel 4, Vers 3, die zweite Hälfte des Verses, den großen Trauer und Fasten und Weinen und Weg lagen und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Und wir sehen, das Volk ist in das Gebet gegangen, in eine tiefe Demut. Und der Heilige Geist hat meine Aufmerksamkeit hier hingelenkt auf das Wort für viele. Meine Lieben, es scheint jetzt schon so, wie wenn die Not jetzt alle erreicht hat. Und warum steht hier das Wort viele? Und warum waren nicht alle Fasten, die in dieser Not waren? Und haben nicht angefangen zu suchen in diesem auswechslosen Zustand das Angesicht des Herrn. Jemand fastet und jemand nicht. Da steht sowas nicht geschrieben. Aber ich denke so, weil das dem Menschen eigen ist. Und jemand hat angefangen auf Mordechai zu murren. Was war es ihm schwer, sich zu beugen? Was ist daran? Sagt, der Rücken hat geschmärkt und du hast dich schnell gebäugt. Man hätte irgendwie eine Ausrede gefunden. Und jetzt hast du uns alle in diese Notlage geführt. Wisst ihr, meine Lieben, wie zu damaliger Zeit in Israel, es immer Murraga den Menschen, die gewohnt waren, in der Not nicht das Angesicht des Herrn aufzusuchen, sondern zu murren. Und genauso ist es auch heute in der Gemeinde Gottes hier auf der Erde. Es gibt Menschen, wenn so enge Notlagen kommen, aus denen erscheint, gibt es keinen Ausweg. Sie verstehen, dass es den Herrn im Himmel gibt, dessen Sohn ich bin und mein Vater wird mich nicht verlassen. Ich habe ein Endziel auf den Seiten der Heiligen Schrift wird mein Ende beschrieben. Ich werde sowieso unter den Überwindern sein. Сегодня детki пропели, die правedniki vossияют wie die Sonne. Und heute haben die Kinder gesungen, die gerechten werden scheinen wie die Sonne. Wie schrecklich es auch für mich sein möge, ich werde scheinen vor dem Herrn. Weil sein Heiliges Licht sich abbilden wird an mir. Aber es wird Menschen geben, die wie in den Tagen Mose, und ich denke, wie hier in den Tagen der Ästere, und zu heutigen Zeit, sie können anfangen, so ein Unwollen zu zeigen. Sie fangen an zu murren. Meine Lieben, woher kommt sowas? Warum ist so ein Unterschied? Gibt es denn unter uns gute und schlechte Menschen? Wisst ihr, dass das Wort Gottes sagt über uns alle, über unsere Herzen, und besonders über unsere Herzen, dass das Menschenherz, das ist arglistiger als alles andere, über uns alles sagt uns das Wort Gottes, dass wir alle, wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes, dass wir alle Not haben, die Errettung in dem Blut Jesu Christi. Warum ist denn so ein Bild? Warum funktioniert es, bei den einigen dem Herrn Wohlzugefallen, und in Demut die Umstände annehmen, und jemand murrt? Und wisst ihr, ein Mensch hat mal solche Worte gesprochen. Um über den Umständen zu schweben, brauchen die Vögel zwei Flügel. Und genauso ist es auch für uns Menschen, damit wir über unseren Problemen stehen, dann müssen wir höher fliegen, näher bei dem Herrn. Und wie funktioniert denn das? Und er hat solche Worte gesprochen. Der rechte Flügel, sollte der Wille Gottes sein. Und der linke Flügel, das ist unser Willen, das ist Symmetrisch mit dem Willen Gottes. Das heißt, ich sollte einverstanden sein mit dem, was Gott jetzt in meinem Leben tut. Und dann fange ich an zu schweben. Und wenn das nicht da ist, und wenn mein linker Flügel dann hinkt, dann wird in mir ein Unmut zum Erscheinen kommen. Was ist ein Unmut? Wenn so Unmut in mir ist, das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Ein Fehler ist, wenn ein Mensch systematisch lügt. Oder ich korrigiere mich chronisch. Chronisch, vielleicht, er macht auch ein anderes Übel. Er tut dafür Busse. Er geht hier raus, tut Busse, er beichtet. Aber in seinem Leben wiederholt es sich. Das ist ein Fehler. Aber Unmut ist ein Resultat eines bestimmten Zustandes der Seele. Ich habe nicht umsonst zum Beispiel uns Petrus gebracht. Wir kennen Petrus. Und wir wissen, was mit ihm geschehen ist, als man unseren Herrn gekreuzigt hat. Aber einst mal hat doch der Herr gesagt, du bist der Stein, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Und wisst ihr, Petrus nach seinem Fall hat einen richtigen Entschluss gemacht. So steht es nicht geschrieben, aber ich denke, so war es in seinem Leben. Und wenn er die Gnade Gottes erlebt hatte und die Vergebung, dann hat er in seinem Herzen gesprochen, Herr, ich werde максимum alles dafür tun, damit so etwas sich in meinem Leben nicht wiederholt. Damit das, was du mir vorausgesagt hast, über meinen Tod, mit dem ich dich einst mal verherrlichen werde, damit ich das erfülle. Und wir sehen jetzt schon in der Apostelgeschichte ein ganz anderer Petrus. Wohin ist dieser Unmut hingegangen? Wohin ist sein schwacher Zustand hingegangen? Seine Ängstlichkeit? Die Versprechen, die er einst mal gab und nicht halten konnte, wohin ist das alles gegangen? Das war alles entfernt worden durch das Gebet. Und Petrus hatte auf einmal diese zwei gesunden Flügel bekommen, mit denen er über der Situation schwebte. Die Apostelgeschichte oder das Buch der Apostelgeschichte berichtet uns über einen betenden Petrus. Und wir sehen, meine lieben Brüder und Schwestern, heute ist der Herr über uns gnädig. Heute ist es für uns leicht, ein Versprechen zu geben. Und Petrus hatte das auch mal in so einem guten oder guten Umständen gemacht. Heute heiraten wir und tun Evangelisieren. Aber wenn die Zeit kommen wird, in der wir die Kraft brauchen werden, in der wir heute wachen, zeigen werden. Zeigen werden für den Herrn. Da steht geschrieben, dass viele die haben gefastet und gebeten und haben beim Herrn erbeten Hilfe aus dieser aussichtslosen Lage. Apostel Paulus sagt über sein Leben, dass er immer immer diesen wachenden Zustand zu erhalten pflegte. Nаш Господь, abращаясь к ученикам, unser Herr, er wendet sich an die Jünger, er sagte, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchungen fallt. Meine Lieben, wir haben geübte Sinne, die müssen gelehrt sein zu dem, wenn diese Umstände kommen, Fasten und Gebet, dass es für uns kein fremdes Territorium ist. Möge der Herr uns helfen in den Zeiten, die noch auf uns zukommen werden, damit wir dann dem Herrn die Treue erweisen. Wenn jemand in dem Eitlen lebt und dem Herrn eine Untreue gezeigt hat und spürt im Gebet, im Fasten, im Bibellesen, er ist schwach geworden darin und das finale, wunderbare Ende, über das uns das Wort Gottes erzählt, ist heute in meinem Herzen vernebelt, dann muss ich Buße tun, meine Lieben. Dann muss ich etwas verändern in meinem Leben. Möge der Herr uns alle segnen und gnädig sein. Und damit wir unsere Gefäße prüfen, wenn Fasten, dann komme, also wenn du leer bist, dann komme heute nach vorne und der Herr wird dich füllen und der Herr möge uns segnen. Wir beugen unsere Knie und beten. Amen. Wir beugen unsere Knie und beten. 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 Wir beugen unsere Knie Wir beugen unsere Knie